Heute habe ich Crunchchips Stadionwurst. Ist eine Limited Edition mit Bratwurst-Senfgeschmack. Hört sich auf jeden Fall sehr pervers an. Und Doritos Roulette. Und der Witz dabei war Nacho Cheese und Hot Chili. Achtung, einige dieser Chips sind extrem scharf. Wollen wir ja mal sehen. Ist auch eine Limited. Habe ich schon vor einer Weile gekauft, deshalb kann ich mich an den Preis nicht erinnern. Die gab es bei Netto und die habe ich bei Penny gekauft. Stadionwurst. Ich liebe es, dass die immer so Experimente machen, aber die schmecken immer sehr beschissen. Ich überlege gerade, was davon so schlecht war. Entweder Grillhähnchen, Brathähnchen oder Pommes rot-weiß oder Currywurst gab es auch mal. mal. Das ist ein Hammer. Also, ganz 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 komisch hat gerade richtig ordentlich nach senf geschmeckt und in die nase gezogen aber davor das war irgendwie wenn es nicht draufstehen würde würde man im bratwurst nicht erraten ich zumindest nicht nee ist keine gute sorte ich kann es sogar nicht erklären irgendwas ist da komisch ich gehe mal davon aus dass es so einen sonnen mut proben ding oder soll es zumindest ein ich weiß nicht aber in jeder handvoll ist ein chip so scharf dass er dich zum weinen bringen kann es hört sich interessant an aber in jeder handvoll in jeder handvoll ist nur einer gucken wir mal nach unterschieden ach was weiß ich schmecken geil es brennt gerade ein bisschen auf der zunge also der chip an sich war glaube ich käse aber irgendwie war wahrscheinlich pulver dran oder weiß ich nicht schmecken schon geil aber ich überlege gerade weil ich habe sonst immer nur diese billig mit no name tortilla chips gekauft ob die wirklich besser sind ich weiß nicht noch brennt nichts sonst sie aber haben sie 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 so lala also ich merke schon schärfe es kriegt gerade auch ein bisschen runter aber jetzt irgendwie ich kann mir nicht vorstellen dass ich schon so einen scharfen gegessen habe das wahrscheinlich diese scharfe chili pulver was einfach in der ganzen tüte verteilt ist aber es schon ordentlich scharf eigentlich für chips ist es schon stark aber gut dann danke fürs zusehen und bis zum nächsten mal